Ich habe für viele junge Leute gesorgt, Lehrstädte besorgt. Als die Leute gekommen sind, haben sie gesagt, Bui, da kennen wir vom Heldorf und vom Dorf und so weiter. Da habe ich gesagt, der kennt vom Land alle Leute, wir sind alle gut. Ich habe nie Menschen sortiert, nie. Ich bin mit allen nicht klargekommen. Ich habe die Leute ins Krankenhaus geführt. Ich habe alles gemacht. Ich habe vielen Menschen geholfen durch meine Beziehung. Das sind alles so Dinge, die man aufgebaut hat und man hat sich nie verloren. Das muss jeder selber machen. Wenn man die Leute dazu zwingen muss, muss man sie ansprechen. Der guckt dich dann andersherum. Du musst den Menschen selber mitbringen. Wenn er die Freude nicht hat und man es mit dem Zwang machen, dann ist das nicht. Ich habe alles gerne gemacht. Ich war Tag und Nacht auf den Beinen. Ich habe viele Menschen kennengelernt. Ich habe Leute kennengelernt, die hier alle erschienen sind. Der Strauß, der Herzog von Württemberg, der Markrauer von Baden, der Schuhmacher, der Rennfahrer. Alles habe ich alle hierher gebracht. Und der erste große Mann war der Sepp Heberger, Fußballer, Trainer. Er war hier mit auf der Jagd und so weiter. Ich habe die Leute im Haus gehabt. Ich habe heute noch die ganze Geschäftswelt verkehrt hier in meinem Haus.